Mein Name ist Michel, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-DOOLS. Ich möchte euch jetzt unseren Wi-Fi-Videoskopsatz mit einer 6 mm Dual-Sonde vorstellen. Der Satz besteht aus einem Sender, einer 6 mm Dual-Sonde, einem teleskopierbaren Halter, einer ausführlichen Bedienungsanleitung und einem USB-Adapter, um einen klassischen PC direkt mit der Sonde verbinden zu können. Das Ganze möchte ich euch jetzt hier anhand eines Getriebes zeigen. Die Verbindung zwischen dem Sender und einem Handy oder Tablet funktioniert ähnlich wie bei einem Hotspot über Wi-Fi. Wir fahren jetzt mit der Sonde in das Getriebe ein und sehen jetzt hier wunderbar die Zahnräder. Durch Drehen kann man die sich jetzt in unterschiedlichen Lagen angucken und somit beurteilen, ob ein Schadensbild vorliegt. Das Interessante ist jetzt hier an der 6 mm Version, dass es sich um eine Dual-Kamera handelt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, zwischen einem Blickwinkel von 0 Grad zu, das was ich jetzt hier mache, 90 Grad umzuschalten. Und jetzt eben durch Drehbewegungen kann ich mir die unterschiedlichen Positionen im Getriebe anschauen und kann dann wieder zurück auf die 0 Grad Perspektive gehen. Durch Berühren des Touchscreen öffnet sich rechts die Bedienleiste. Wir können jetzt hier über den ersten Button ein Foto machen. Das machen wir jetzt auch gleich. Das Foto wird dann direkt in das Handy übertragen. Das heißt, über die Galerie des Endgerätes, egal ob das ein Handy oder ein Tablet ist, kann ich die Bilder wieder aufrufen. Der zweite Button ist eine Kamera, wo ich eine Videoaufzeichnung vornehmen kann. Und der dritte Button ist ein Link direkt auf die Galerie des Endgerätes. Hier kann man dann die Bilder dementsprechend aufrufen und auch direkt weiterleiten. Über die Zurückfunktion, oben links, komme ich wieder in die Ausgangsposition. Die letzte Position wäre der Button der Einstellung. Hier kann ich die Auflösung bzw. die Bedienleiste von rechts nach links setzen. Das Ganze ist in HD-Auflösung. Die Sonde ist spritzwassergeschützt und das WiFi-Videoskop ist sehr einfach zu bedienen. Jeg рук könnte ein paar Ballen unseren Netzwerken einfach zu bedienen. motherfucker Flömer Des Darth専 builders, aber auch an dieser kleinen those be protons Stunden. Die Sonde ist spritzwassergeschütz und plötzlich Once B poo schütze die Başlangsitzert gek наших. Dann geht's eine Überw בד. Ja, ich bin ein Ball.